Acht Gründe, nicht in die USA auszuwandern Datenschutzrecht in den USA. Vergiss es. Alle Informationen, die du zum Beispiel bei Versicherungen hinterlässt, werden weitergereicht. Insbesondere zu Werbezwecken. Dein Internetprovider kann alle Dateien mitlesen. Es sei denn, du benutzt eine Verschlüsselungssoftware. Auch wenn du ein sehr ängstlicher Mensch bist, ist die USA vielleicht nichts für dich. Abgesehen von teilweise sehr extremen Wetter wie Hurricanes, Tornadoes bis hin zu den ganzen Waffen, die im Umlauf sind. Wenn du das erste Mal dein Kind zur Schule bringst und durch eine Sicherheitsschleuse durch musst, das ist schon ein sehr unangenehmes Gefühl. An manchen Schulen sind sogar Sheriffs am Eingang positioniert und durchsuchen Rucksäcke oder die Schüler selber. Ist das etwas, was dir schlaflose Nächte bereiten könnte? Die Sicherheiten wie in Deutschland, wie Kündigungsschutz, bezahlte Krankentage, Arbeitnehmerschutz, Arbeitslosengeld, garantiert bezahlte Urlaubstage und so weiter ist dir in den USA nicht so ausgeprägt wie in Deutschland und hängt viel vom Arbeitgeber selber ab. Es gibt zwar auch günstige Krankenversicherungen, auch für Leute, die nicht viel verdienen, aber die sind mit ihren Leistungen sehr eingeschränkt. Zu welchen Arzt man gehen kann und was bezahlt wird. Gute oder eher bessere Krankenversicherungen sind teilweise extrem teuer, speziell wenn man sich den Arzt auch noch aussuchen will. Also In-Network oder Out-of-Network. Ebenfalls musst du schon ein gutes Startkapital mitbringen, um in den USA erstmal loslegen zu können. Sich in den USA Geld leihen für ein Haus oder Autokauf ohne Credit History, Social Security Number und ohne Job kannst du vergessen. Du hast einen starken Familien- und Freundeskreis. Bist du bereit, diese für deinen Amerika-Traum zurückzulassen, nicht bei allen Feiern oder Partys dabei zu sein oder weißt nicht, ob du diese Person wiedersehen wirst? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sich unsere deutschen Freunde nach und nach aus unserem Leben verabschiedet haben. Man lebt sich sozusagen auseinander. Das muss natürlich nicht bei jedem der Fall sein, doch es kann passieren. Wenn du kein offener oder spontaner Mensch bist, wird es hart sein, einen Freundeskreis hier aufzubauen. Die Lebenskultur und die Menschen sind nun mal anders in den USA und man muss sich anpassen können, um nicht alleine dazustehen. Für mich war das nie ein Problem. Ich habe mich vom ersten Tag hier wie zu Hause gefühlt, als ob ich hier schon immer hergehört habe. Wir hatten in so einem ersten Haus, was wir hier gemietet haben, ganz tolle Nachbarn. Schon am ersten Wochenende wurden wir zu einer Party eingeladen und fast jedes Wochenende bei einem anderen Nachbarn. Wenn du nicht spontan bist und alles im Voraus planen musst, wirst du es hier schwer haben. Die öffentlichen Verkehrsmittel in den USA sind ziemlich schlecht, um das nett auszudrücken. Ausgenommen von New York, Chicago oder Boston vielleicht. Ich würde nie in einen öffentlichen Bus hier in Texas einsteigen. Allerdings habe ich Busfahren und die Deutsche Bahn auch nie vermisst. Wenn all dies kein Thema für dich ist, wirst du in den USA wahrscheinlich gut zurechtkommen. Wenn nicht, bist du vielleicht in Deutschland besser aufgehoben. Weitere Videos zum Thema USA findest du hier. Bis dann!